Musik Pfingstgottesdienst mit Bischof Ackermann in der katholischen Pfarrkirche St. Bernhard in Wittlich. Über 400 Wittlicher waren gekommen, um dem festlichen Pfingstgottesdienst, der vom ZDF übertragen wurde, beizuwohnen. Unter Leitung von Bischof Ackermann, der seit genau einem Jahr dem ältesten Bistum Deutschlands vorsteht, stand der Gottesdienst ganz im Zeichen der 50-jährigen Partnerschaft der Diözese Trier mit Bolivien. Ich fand es sehr schön, dass wir heute Morgen die Gelegenheit hatten, den Pfingstgottesdienst mit der Bolivien-Partnerschaft zu verbinden. Denn das Pfingstfest spricht ja genau davon, dass es die Gemeinschaft der Kirche gibt, über alle Grenzen von Sprache und Kultur hinweg. Und wir erleben das ja in unserem Bistum seit jetzt fünf Jahrzehnten in dieser wirklich gewachsenen, freundschaftlichen Partnerschaft mit Bolivien. Insofern Pfingsten und Bolivien, das passt wunderbar zusammen. Und so waren durch einen 80-köpfigen Chor und Musikgruppe im Gottesdienst auch bolivianische Klänge zu hören. Die Missa de Solidaridad wurde eigens für die deutsch-bolivianische Freundschaft geschrieben. Die Wittlicher zeigten sich dann auch durchweg vom Gottesdienst und dem vermittelten deutsch-bolivianischen Gemeinschaftsgefühl beeindruckt. Es war Pfingsten live. Also man ist da rausgekommen und hatte das Gefühl, das war Pfingsten, weil das deutsch-bolivianische rüberkam und überhaupt diese Gemeinschaft, die hat man gespürt. Aber dafür hätte man im Gottesdienst sein müssen, was mich selber erstaunt hat, weil das Gefühl Gemeinschaft einfach rüberkam. Also ich fand den Gottesdienst nicht nur sehr feierlich, sondern er hat wirklich jeden angerührt. Und insbesondere die Predigt, die unser Bischof gehalten hat, fand ich ganz hervorragend. Und mich persönlich hat sie sehr beeindruckt. Man kann also wirklich sagen, es geschieht nicht oft, dass der Bischof an ihn wirklich ist und dass wir auch vor dem Fernsehen singen dürfen. Es war also wirklich ein gelungener Gottesdienst und ich glaube, die Leute waren auch alle begeistert. Insgesamt war ich erfreut, dass so eine rege Teilnahme auch von der gesamten Gemeinde war. Das hat mir schon gefallen. Und natürlich die Musik, die fand ich auch schön. Das Bewusstsein, das der Glaube über Grenzen und Sprachen hinweg verbindet, ist im Bistum Trier seit Jahrzehnten ausgeprägt und wurde bei diesem gelungenen Gottesdienst besonders deutlich.